Hallo, heute möchte ich euch das Buch der Zeit, die Steinerne Pforte, vorstellen. Es geht um Sam, dessen Vater seit Tagen schon verschwunden ist. Und mit seiner Cousine Lily macht er sich auf, um seinen Vater wiederzufinden. Dabei stoßen die beiden auf einen uralten Stein und ein mysteriöses Buch. Mit diesen Steinen kann man durch die Zeit reisen und bald schon wird Sam klar. Das ist der einzige Weg, seinen Vater wiederzufinden. Ich kann euch dieses Buch eigentlich wirklich nur empfehlen. Es ist der Auftakt einer Zeitreise-Trilogie. Und bis morgen!